Willkommen zurück zu Pupa Mario Minion Finale. Der Sternenstab hat versagt, denn Kamek hat ein Zauberaufbauter gemacht. Bauer ist wieder mal gewachsen wie in New Super Mario Bros. Wii oder andere Spiele. Und er ist unverwundbar geworden. Sein Sternenstab ist jetzt overpowered. Die Kraft der Sterne ist useless. Mario hat keine Chance mehr. Wir machen ihnen null Schaden. Alles ist verloren. Zeiglich musst du ständig deine Fressleistaufnahmen. Zeiglich still. Oh, nütz. Oh, putz. Du bist zu laut und befreit dich von diesen Fischen. Oh, da kommt der auch noch mal zu Einsatz. Twink, ich bin so froh, lass dir gut gehen. Lass dir ja nicht schwindelig werden bei so vielen Drehungen. Du unverschiebtes, kleines Drehkind. Wie kannst du es wagen? Fight. Was? Peach? Im Fight gegen Kamekrupa? Du kleiner Heilspurt. Du bist viel zu klein, um gegen mich zu kämpfen. Ich werde dich vernichten. Sei vorsichtig, Twink. Rempler. Auf, Kamekrupa. Oh Mann, du musst mich mal wieder duschen, oder was du das? Oh, du warst das. Das ist ja nix. Peach kann Fokus für Twink. Also Supporter. Peach ist Supporter. Wie in Super Mario RPG. Gila ist ja Heilerin. Ah, Twink. Ja, toll. Oh, Twink. Da kann er viel mit anfangen. Toll. Geil. Hat sich ja gelohnt. Hihihi. Oh, scheiße. Rempler. Oh, guckte euch das mal an der Erglenz. Was hat das zu bedeuten? 1, er macht Schaden durch Peach's Kraft. Au, du wieses Rätsel. Du kannst also doch noch ein wenig kämpfen. Ich sehe keine Chance. Nochmal. Fokus. Und Twink freut sich. Peach glaubt an ihn. Flößt ihm alle Glaubenskraft ein. Also jeden kleinen Funk Hoffnung. Verkörpert Twink jetzt. So seltsam es klingen mag. Und das ist die Marikamik macht noch weniger Schaden jetzt. Oh, jetzt fühle ich mich auch stärker. Und ich seh. Es geht ja wohl. Wird jetzt geschehen oder was? Hell? Oh, 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 oh. Bitte Twink, dust mich, dust der Mario fürs Pilzgönigreich. Boah, wie er immer mehr glänzt. Jetzt mache ich dich platt. Oh, tschüss. Eins nur noch. Was für ein schlechter Anlauf, Cammy Cooper. Da musst du ja schon was Besseres einfallen lassen. Geht's dir mal so richtig voll ins Face? Boah, drei Schaden schon. Endgeil. Twink, ich glaub an dich. Du kannst es schaffen. Cammy Cooper ist nur eine hässliche Hexe. Da, 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 da. Ist jetzt ein bisschen zäh, ich weiß. Aber ich find's endgeil gemacht. Ihr werdet schon noch sehen, warum. Haben sie sich was dabei gedacht? Seht schon, wie sich das immer steifiger an Kraft gewinnt. Das ist schon echt gut gemacht. Auch wenn's jetzt ein bisschen simpel aussieht und ein bisschen längen gezogen wird. Aber pass mal auf, es ist schon echt gut durchdacht. Es kann nicht sein, mein Angriff sieht unwirksam. Oh nein, scheiße. Ich erinnere mich mal wieder. Die Sterne beziehen ihre Kraft aus den Wünschen von ganz gewöhnlichen Leuten. Prinzessin Peach ist ganz gewöhnlich. Und wieso heißt es an Prinzessin? Lassen wir das. Die Wünsche von Peach geben diesen Sternen geht seine Kraft. Ja, der ist richtig gedacht. Oh, du besiegt. Oh, König Maus. Ich hab versagt. Voller Bohnen zerstört. Brunnen des Elends angekommen. War es einfach heute wieder philosophisch. Nee, gar nicht. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir Mario retten. Ja, wie denn? Willst du mich verarschen? Maus, das ist unbesiegbar. Aber, äh, what the fuck can I do? Ich weiß, es bringt jetzt die Wünsche was. Ja, toll. Was bringt es, wenn sie sich jetzt hier neue Kleider und neue Schuhe wünscht? Man, Twink, denk mal nach. Peach ist eine Frau. Scherz. Nur ein Scherz, Leute. Genauso, wenn du es mal wieder gemacht hast, wünsch dir was. Damit die Hunssterne mehr Kraft gelangen. Denn gar nicht kühle Kreide stehen dürfen. Machen wir. Schick einen Wunsch an die Stähne, während du an alle Sätze sind denkst. Wenn dein Wunsch da genug ist, wird dir die Stähne erreichen und die Kraft gebt. Gott, Wink. Oh, sorry, Mikrobooster. Was passiert mir immer? Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Ich werde Mario helfen. Oh, Epic Music. Oh, es wird so episch, Leute. Das ist... Ah, die Spiele, da sieht man jetzt mal die Qualität dieses Spiel. Es ist jeden 120 Mark Scheinwert. Ja, die 120 Mark Scheine. Aber da habe ich damals halt bezahlt. Ah, was ist los, Mario? Kann es sein, dass nicht die Kraft verlässt? Mario, da steht... Ah, scheiße, ich will die 1 in space. Alright, kann ja nicht. Du sagst, wir trainieren. Spuss. Da, da. What? Was wurde es? Es hat mich da gekitzelt. Oh, ich fühle, wie die Kraft in mich strömt. Ihr gewusst ja nicht, wenn du nicht willst, um uns zu helfen. Ja, du, was willst du, Hermann? Tink. Was für eine Überraschung. Ich fühle, wie uns die Wünsche der Prinzessin und des gesamten Königreichs mit Kraft erfüllen. Vielleicht können wir nun Bowser's Stärke besiegen, ankommen. Whatever. Jetzt, Mario, gib nicht auf. Wir stehen alle hinter ihr. Oder sagt das dem Mister? Ist ja auch egal. Empfang unsere Kraft und gib dein Bestes. Setz den Sternstrahl ein. Oh, yeah. Full Energy. Yes. Sternstrahl wurde stärker als jetzt Peatstrahl. Also, das ist echt ein bisschen lame. Das sagen alle Let's Player. Ich habe ja schon mal eine Let's Player vorgekuckt. Ähm. Ja, wirklich. Wieso Peatstrahl? Und nicht, äh, Ultra-Strahl. Was weiß ich, Ultra-Omega oder sowas. Wird sich ja viel besser anhören. Aber, äh, Peatstrahl, na gut. Was soll's. Mario lernt die Peatstrahl. Können wir nicht in der Außenwelt mitnehmen, weil nach dem Spiel können wir ja nicht mehr zurück. Oh, Epic Void, man. Gott, mich eh nicht besiegespust. Mann, ich stehe es da. Jau, ich mag, du gibst. Gib auf, man. Du wirst mich niemals besiegen, ey. Das ist voll die Zeitverschwendung. Erstmal den Shit hier weg. Peatstrahl. Oh, yeah. Real Power. Real Kamehameha. Mit Wink. Um. Kamehame. Er hat immer noch 97. Ja, warte, warte, warte. Auf den Stirn. Stopp. Schluss. Ja. Wir können ihn besiegen, Leute. Wir haben ne Chance. Wär ist verdammt stark. Er kann uns vergiften. Acht, Schan, Mann. Zehn mit Flamme. Er kann wieder die Scheiße. Dass der Partner nicht angreifen kann. Und deswegen müssen wir nicht anders handeln. Du, Barry ist gut, aber nicht dir. Weil er wird immer außer Gefecht gesetzt. Ihr glaubt nicht, was ich jetzt tue, Leute. Ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. Aber er hat sich nochmal bewiesen. Bei den Junior Cooper. Genau, dass dieses Scheiß nicht passiert. So, der wird jetzt gleich so ein Flinch-Schutz da aufbauen. Ja, ich hab ne echt gute Idee. So. Was haben wir denn hier rauszuholen? Mal gucken, was wir alles haben. Mysterium. Das werde ich auch noch benutzen. Habe ich euch ja versprochen. So. Ah, jetzt machen wir jetzt mal Sprung plus. Yes. The full power of the stars. Wir haben so viele G-Leroyals. Wir können auch die Blütenpunkte verschwenden. Tack. 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 Na, wie ist das? Die Chance getroffen zu werden, fallen. Ach, komm. Ist was mies. Hat er mal Lack, der gute Bowser? Ist ja egal. Wir haben ja noch so viel Lebensbild und so. Schau mal. Jetzt kriegt er gleich schon was aufs Face. Erster Treffer, würde ich sagen. So, was kriegt er denn jetzt hier? Stachivurf einfach mal. Zack, 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 zack. Tick, tipp, man. Toll. Zwei. Und seht, hat er daneben neun Schranden erspart. Einfach nur geil. Das wusste ich noch geil. Ist das geil. Stampf doch auf, wenn er nicht trifft. So, jetzt geht's schon mal den ersten Treffer. Tick. Oh, gefailt. Weil die Wolke mich irritiert hat. Goddamn. Was machen wir denn jetzt? Ich werde die Angriffskraft von Bowser gleich noch schwächen, ja. Ich glaube, der reicht dir, Stachiflip. Was ist das denn für ein Scheiß? Hä? Ach so. Ja gut, hat ja geklappt. Zack. Drei macht es sogar. Macht mehr Schaden als das andere. Als Blütenbogenkost. Ist einfach nur gegen Meere. Yeah, Ultramode. Was war jetzt eine neue Version von deinem Strahl? Die wieder mein Aura und durchbricht. Aber ich hab's irgendwie noch nicht geschenkt. Peatstrahl. Die wahre Kraft der Herzen. Die wahre Kraft der Sterne. Die wahre Kraft der Liebe. Das wahre Finale, Leute. Das ist so geil gemacht hier. Mal ehrlich. Findet ihr das Finale in den Kommis damit? Hä? So geht's jetzt wieder nicht. Ey, das ist so scheiße. Ach so, ja. Weiß wieder, was ich falsch gemacht hab. Und wieder daneben. Lucky Lester. I love you. Wie er sich noch nützlich macht hier. Also gegen Bossgegner hat der was. Aber nur im Ultramode. Ne. Im Supermode. Reicht schon. So, wir machen jetzt mal einen Ruhigsteller. Ruhigsteller. Boah, ich bin muss... Ich chill mal mehr, Bowser. Nicht so aggressiv, Mann. Nicht so einen auf Gangster machen. Und jetzt. Bitte klapp. Alles muss klappen. Komm schon, komm schon, komm schon. Dä. 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 Yeah, Mann. Vier Hunden Wolke. Geil, ne Mann. Aber Lucky Lester hat's abgewehrt. Und mich stört sich doch. Die Aufladungen sind weg. Damn. Was mach ich denn jetzt? Oh, scheiße, ich hab die ganze Ohren nicht ausgerüstet Na egal, ist noch schwieriger, noch epischer Ja Man, zu geil aufs Finale ist, ne Vergiss mal einiges So Jetzt aber hier Nein, viel zu weit, Mann Zack, so ist gut Bäm Oh, Mann Tick, du Ja, keine Items mehr einsetzen Na egal Benutze eh nicht Also jetzt noch nicht Einmal noch und dann gibt's einen Angriff Ich hoffe nicht, dass er wieder diesen Scheiß macht da Mit der Welle Ich hoffe es einfach mal nicht So Voll ins Face Bäm Er macht sich wieder Power Mann, wird sich langsam witzlos Bauer, sag mal ehrlich Bringt doch eh nix Hier, Peachstrahl Danke, dass du Lucky Lester zugeschenkt hast Das ist echt geil mit Lucky Lester Muss ich schon sagen Okay, kein Partner ist ein Opfer Jeder hat seinen Nutzen Das Let's Play hat doch einiges Gezeigt, ja Und einige Wunder vollbracht Was ich ihn nie gedacht hätte Ich bin nicht gedacht hat Lucky Lester Power Carry Jeder ist nochmal nützlich geworden Echt geil Power Carry jetzt nicht so im Finale Aber Davor schon Im Eispalast Oh shit Aber abgeblockt Boah, macht der Schaden Dürrte wollen schauen Ich wollte gerade ein Mysterium nehmen Aber kann ich ja nicht Also Power Sprung Ja, geht 20 Schaden, circa So, jetzt wieder Geil, wie es immer klappt Das ist eigentlich gar nicht so einfach Das Timing hier zu kriegen Am besten hier summt immer mit Boah, der Schaden Du hast doch wohl einen Schaden, Bowser Schaden, Schaden, Schaden Mysterium Random Ein Donut Oh nee, schade Nein, ein Kiesel Ein Kiesel Ein Kiesel What the fuck Ich fühle mich verarscht Bowser, du hast das Spiel manipuliert Du hast das Spiel geheckt So ein Assi-Scheiß hier Das jetzt kommt so was episches Irgendwie Donnerzorn oder so Natürlich nicht Natürlich nicht Na, und dafür hat er gefällt Dann ist es wieder gerecht hier So Jetzt mal Passt mal auf Ähm Äh Das ist jetzt die Frage Nehme ich den Ultra-Pilz? Ultra-Gelay Komm Wir haben auch nicht mehr so viel BP Zack Alles wieder voll 50-50 Wuh 50-50 50-50 Joker In your face damit Hälfte weg 52 hat er noch Aber er kann sich heilen Und er macht's Gott damn 30 mal gerade sogar 30 auf der Hand Schon fast wieder voll Das ist das Schwierige an dem Bowser Dieser Bowser-Kampf Bildet einen der schwierigsten Mario-Bosse In Super Mario RPG Gibt's einen schwierigeren In Paper Mario Eontor Ähm Der Endboss Königin der Finstern Das ist schwieriger Und der Endboss Der Grube der 100 Prüfungen Ist schwieriger Ansonsten gibt's Nichts Schwieriges Meiner Meinung nach Vielleicht noch der gute Smithy Ist von Mario RPG Am Ende Natürlich gibt's auch Bei Mario und Luigi Luke Miller Ist viel schwerer Als dieser Kampf Und natürlich Die Schubkönigin Die ist auch schwieriger Von Mario und Luigi Partners in Time Wie lange ich daran gehangen bin Also das ist schon noch schwieriger Aber das ist trotz einer Der schwierigsten Fights Sehr sehr hart Und das ist einfach unnötig Er macht's immer wieder Mit seiner Aura Aber ich bräge die mir nicht Na gut Das schenkt uns den Zug Also was soll's Was beschwere ich mich Geil 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 Seht ihr Immer so mitsingen Verkackt ihr das Timing Nicht Oh, Dick Dude Oh, Lucky lässt er aussetzen Na, ist nicht so schlimm Weil die Wolke haben mal vier Runden Also ist alles Palette Alles Palette Meine Freunde Hauhäpfer Dick Dude And Dude And Dude And Dude Oh, 65 noch Könntest du schon dem Move Heilen Deine Mutter, Bowser Deine dreckige Mutter Deine dreckige Mutter Wieder voll So, ich mein's jetzt ganz oft Das ist aber Risiko Ihr wisst es warum Weil wenn du uns einmal mit dieser Welle trifft Der ist mit der Anladung umsonst Aber ich muss es so machen Sonst hab ich keine Chance Ihr seht's Ja, Mann So, Lucky lässt er Gib mir gleich mal wieder eine Wolke Da, Anladung umsonst Fick dich, Bowser Fick dich So Was kann ich dir jetzt tun Ja, wieder sprunglos Ja Der übertreibt's einfach viel zu oft Mit dieser Welle Oh Gott Schaden Wirklich Ist dein dreckiger Ernst Dein goddamn Ernst Yes Und wieder die Welle, oder? Welle? Nee Das ist unnötige Na gut Ja, freu dich Freu dich, Bowser Ich hab dir nix gebracht Freu dich, dass du gefaulenst hast Was bringt dir das? Nur weil du so auch immer Hartzab bist? Nur deswegen? Das leuchtste, weh ich's mal Ein bisschen Stehst mal im Rampenlicht Findest du bestimmt ganz cool Deine Poser Aura da Wirkst wie so Untoter mit der Aura Höhe Die Welle wieder aussetzen, ne? Das ist doch krank So krank Einfach overpowered Das Ding Jetzt werde ich gleich die ruhigstelle verwenden Yes Kurz bevor Lucky Lester wieder angreifen kann Werde ich ruhigstelle, Mann Damit es nicht wirkt Der Schaden Bowser, du hast ja wohl einen Schaden Ja, Mann So, jetzt gibt's gleich die ruhigstelle Also richtig In your face Zack No problem So Ruhigstelle Ch Carruco Chilmermere Hab ich das sowieso schon gesagt Ich bin Muskulermann Der Oberg Gangster So Jetzt wirkt das nicht mehr auf Lucky Lester Das ist geile Und er macht's nämlich Oder? Nee, er macht sich diese so unnötige Aura Na gut Puh! Puh! So, das gibt's da zu lachen Denn die ist sofort wieder weg. So schlecht kann sie gar nicht gucken. Hier ist das Licht so schnell wie das Licht. Zack. Die pure Macht der Sterne. So episch das Finale. Ja, ist doch schwerer als der Meister, muss ich jetzt zugeben, wenn ich es hier wieder sehe. Komm schon, komm schon, komm schon. Geil. Wieder vier Runden Wolke. Jetzt kommt Fail mit dem Kack. Failen sollst du. Mann, wieder trifft der. Oh Mann. So unnötig. Ja, was soll ich denn tun? Keine Chance, weil ich die Items, die Ausgrüsse habe, die ich brauche. Hier, Wackers Kick. Nee, werde ich noch nicht verwenden. Ach komm, ey. Weißt du was? Hammer. Hammertime. Ownungstime. Mach ich den so wie früher, hier, ganz lame. Sechs Schaden. Düt. Oh Gott. Na egal, wir haben ein Lebensbild. Blut, 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 blut. Blut, blut, blut. So muss er dich mal wieder küssen. Ah. So. 20 wieder geheilt. Geile Sache. So muss das. Ist vergifteter. Nee, mach dich, Hose. Kannst nicht springen. Ja, ist mir egal. Bringt ja eh nix. Kann der nicht aufladen hier. Und der Ruhigsteller hinterher. Damit er erstmal wieder dem Partner nichts tun kann. Es geht da einfach nicht lang genug bei diesem Boss. Bei Bowser. So, jetzt mach ich nochmal die Wolke und dann werde ich den Partner tauschen. Ich weiß noch nicht, wie ich nehme. So, sechs. Wolken, nummer neun. Wie soll ich die Wolke nur sieben? Nummer neun. Zack, zack, zack. Oh, scheiße, scheiße. Boah, wie kann das sein? Na, egal. Nein. Nein. Achso. Ja, die Aura. Kannst du ruhig machen. Oh, ich krieg mein Sprung plus wieder. Brauch ich zwar nicht, aber dann gut. Mitglied wechseln. So, wir nehmen mal den jetzt. Wer ist der Beste gegen Bowser? Wer macht am meisten Schaden? What? So what? Sushi. Lady Boo. Nee, Lady Boo kann es vergessen, weil es so eine hohe Verteidigung hat. Aber okay, bringt ja auch nix. Bombett vielleicht. Don't bury you. Bombett. Bombett. Na. Oder wat? Kann ich euch empfehlen. Die alle Bodengegner trifft. Bombe. Die einen Gegner trifft. Ja, das reicht dir. Also, nimm das! Null Schaden. Achso, der hat hier die Aura. Ach, vergessen. Scheiße. 19? Wieso ein 19? Oh, ich hab mir eh den Lebensbild. Geil. So. Dann würde ich sagen, Peach strahlt. Ich sag immer schon, noch Sternenstrahl. Ich glaub, der kann sich auch nicht unbegrenzt heilen. Das wär einfach zu krank. Oh, Scheiße, Mann! Hält nur eine Runde, so ein Dreck. Und take that 5 nur. Naja. Better than nothing. Ja, was soll's. Macht der eh keinen Schaden. Hey, Martin! Und zack. Boah, der hat ja so viel. Feuer in your face. Viel Lebensbilds habe ich noch. Ja, das ist jetzt mal gut für ein, ähm, Ultra-Pilz. Oder Wackers-Ski. Ja, Wackers. Nom, 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 nom. Uns gehen die Items zur Neige. Wir haben nur einen Ultra-Pilz. Was macht er? Äh, die Aura. Richtig unnötig. Denn wir haben den Peach-Strahl. Alle vereint. Nehmen wir ihm wieder die Aura und Wir lagen dieser Kampfbeinverdauer. Das ist so geil gemacht. Sein Heilen und so. So. Oh, Solz. Keine Chance hast du. Keine Chance. Denn wir machen jetzt nochmal einen Hammerangelf. Ganz normal. Voll normal. 66. Bombe. Und zack. 61. Wenn ich jetzt nicht mehr heilt, kriegen wir den noch locker down. Wenn er sich nicht mehr heilt, ne? Ja, voll auf dem Bauch. Oh, shit. Nicht der Full-Damage. Naja, Hälfte haben wir. Ist eh egal, denn wir haben noch einen Lebens-Pilz. Oder? Will ich doch jetzt erstmal aufstecken. Natürlich, noch ganz viele. Hat sich sehr gelohnt, die aufzubewahren. Yes! Und Bombe. Jetzt aber, Mann! Full Power! Boah! 40 noch. Gleich haben wir einen. Wenn er sich nicht halt... Dieser Kaffee ist da die Farbe rüber! Höh! Oh! Oh! Oh, Bobett ist wieder... Außer Gefecht. Lebenspilz! Neue Kraft für Mario! Neues Glück! So. Boah! Das ist unser Item-Forward. Ist ja nicht so viel. Na, egal. Ähm... Ein Hammerangriff! Zum Mitnehmen, bitte. Sechs. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Er macht sich die Aura. Die Aura, die Aura, die Aura. Die macht Aura. Bowser. Hat schlechte Siegelchancen, wenn er sich nicht heilt. Boah. Komischer Versprecher gerade. Aber echt spannend, oder? Alle Items verbraucht. Also. Da könnt ihr euch nicht beschweren. Weil er hat ja auch praktisch so einen Schutz. Diesen Aufladeschutz. Weil lass mich ja töten. Mein letzter Lebenspilz verschwenden. Denn... Ich... Brauch... Das Gift. Ne, nicht unbedingt. Das geht ja dann weg, wenn ich tot bin. So. 28 noch. Also gut, dass wir uns so gut ausgerüstet hatten. Also die Ultra-Jillies waren... Nicht unbedingt notwendig. Aber... Nein, egal. Oh, tot! Mario ist tot! Das Pilz, die Gründe ist verloren. Alles ist vorbei. Nein! Der Lebenspilz! Gebt die Neukraft! Rettet die Welt! Neukraft! Geil! Geil! Ein Angriff... Überstehen, was? Dann werde ich den... Ultra-Pilz einsetzen. Der Sternsturmon! Nochmal die Kraft der Sterne. Prophet, hilf mir auch nochmal. In diesen letzten Fight. Das ist nicht verteidigungsignorierend. Somit haben wir einen Schaden mehr gemacht. Peanuts, aber... Trotz der einen Schaden mehr. Ja! Ja! Full Power! 16! Komm schon! Den haben wir gleich! Den haben wir gleich! Ich hab doch gleich doch! Tschüss, Mann! Partner ist mal wieder außer Gefecht. Macht nix. Wir haben noch einen Ultra-Pilz. Om nom 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 nom! Voll die Delikatesse, Mann! Top! Daumen hoch, Leute! Daumen hoch fürs Finale. Mario hat es vorgemacht. Oh! 30-Kalt! Are you fucking serious, no? Jetzt wird es aber richtig spannend. Oh my goodness! Oh my goodness! Ah, 40. 40! Vier Runden noch. Der könnte es uns aber auch um vier Runden ownen. Also es wird noch richtig spannend. Boah, es wird echt Kopf an Kopf rennen. Also... Daumen hoch für dieses Finale. Es ist spannender, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich bin voll overpowered mit der Items. Aber Mysterium ist fehlgeschlagen. Ich kann nicht aufladen. Er hat immer gut getimt mit seinen scheiß Wellen. Also hat er uns immer interrupted. Echt fies. Echt fies. Oh! Tschüss, Mann! Was ist das denn für Angriff? Der ist aber neu. Ganz normaler Angriff. Der viel Schaden macht. Yes! 34! Das weiß ich! Und zack! 29! Komm schon! Drei Runden noch. Oder vier. Oder fünf. Oder sechs. Oder sieben. Mann! Drei Runden aussetzen. Das ist immer so kacke. Zack! 23! Komm schon! Wir haben wir gleich! Das ist so knapp einfach nur. Versinkt! Yes! 17! Oh, wie hat das knapp? Oh, wie hat das knapp? Tschüss! Und jetzt noch vergiftet. Kann es noch schlimmer kommen? Nein, kann es nicht. Und Mombet ist auch gleich wieder da. Wenn sie sich jetzt nicht heilt, haben wir es. Freunde, dann passt es genau. Ja, oder er macht sich die unnötige Aura. Ja, gut. Noch besser für mich. Bitte nicht heilen. Dann haben wir hier das epische Paper Mario Finale der Welt. So knapp. So geil. Ohne Witz. Das geht ja direkt auf. Wenn er uns einmal treffen würde, wären wir weg. Wir haben keine Heile-Items mehr. Keine Sternenergie zum heilen. Wie episch ist das denn? Wenn wir den jetzt noch schaffen. Wenn nicht, dann wird es nicht so witzig. Aber ich muss das Timing jetzt auch schaffen! Yeah, man! Wenn er jetzt nicht seine Scheißwelle macht, um mein Bobett wieder ausschalten zu müssen. Nee. Sieben. So. Bannen wir das. Dies endgeile Projekt. Mit diesem Schlag. Tschüss, Mann! Geh, Mann! Geh, Stirn, Bowser! Du hast wieder versagt! Ohnein! Bami hat mich besiegt! Schon wieder! Immer besiegt er mich! Diesmal war ich unbesiegbar! Er besiegt mich und unbesiegbar, ne? Paradox. Und trotzdem hat er mich besiegt! Verdammt! Goddamn! Du hast es! Du hast den Sternenstab zurückgehobert! Bringt ja sehr viel! Denn das Let's Play ist jetzt bad! Was ist das? Wow! Was ist das? Ah, Mario! Ja, hallo! Ist ein wenig so ein Küsschen, oder? Mario, ich wüsste, dass du mich retten würdest! Ja, muss ich ja immer machen, da ist ja schon Standard! Danke, Mario! What's going on here? Nein, der ganze Saftladen explodiert! Wie kommen wir jetzt hier noch heil runter? Goddamn! Was machen wir jetzt? Kein Weg zurück! Oh, ist weh! Bin wach! Hatte gerade so sexy Träume! Was ist hier los? Das war nicht Teil meines Plans! Und... Und... Jo, Kamikova! Was soll dieses Beam? Am Morgen bin ich heiser, von so viel Bowser sprechen! Äh, oh, halt! Der Kampf mit Mario war so heftig, dass meine neue Maschine ein wenig Schaden erlittert! Tja, äh... Eigentlich ist sie völlig mei! Die gesamte Energie wird in eurer Festung umgeleitet! Es tut mir leid, euch das tragen zu müssen, aber... Sowohl eure Feste als dieser Ort... Ihr fliegt gleich in die Luft! Ihr wisst ja flieh, mein böser König! Wir haben keine Wahl! Und... Dämon! Was? Bist du sicher? Das ist dein größtes Problem! Lass es was finden! Und mein Tisch schloss! Du wirst mir fallen erzielen! Denn ich bin echt versichert! Dein scheiß Plan! What the fuck? Und... 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 Tschüss, Mann! Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Und die ganze Schoße fliegt in die Luft mit Peach schloss! Nein! Wie kann das sein? Und das ist jetzt noch ein dramatisches Ende stürzt in Mario und Peach ab! Ist alles verloren! Liegen die Kadaver irgendwo dann in der Welt rum? Keine Chance! Keine drin! Es ist vorbei! Oder? Die Sterne haben uns geholfen! Mit der Kraft der Sterne können wir fliehen! Und zurück ins Schloss! Da hast du! Wir werden ihnen nur zu verrenden Frieden wieder in unsere Welt zu bringen! Oh yeah! Das hört sich doch gut an! Sonst geht's! Jetzt können wir endlich wieder alle Wünsche erfüllen! Das ist nur, um dir zu verdanken! Wenn du in den nächtlichen Himmel blickst, soll das glitzernde Sternen das Lob für deinen Mut sein! Sieh die strahlende Funken und sei dir unsere Dankbarkeit gewiss! Oh! Oh! Du hast Bowser mal so richtig ins Face gehauen! Du hast es dir so richtig gegeben, ey! Deine Kraft ist beeindruckend, ey! Ich wusste, du wirst sehen, so richtig auch hin! Mario, es sei dir versichert, dass wir deine Bemühungen sehr zu schätzen wissen! Es muss alles sehr schwierig gewesen sein! Wir werden es dir nie vergessen! Ich hoffe, Bowser hat einen Leere aus dieser Niederlage gezogen! Vielleicht benimmt er jetzt sich endlich! Obwohl, ich glaube, die Chancen dafür sind eher schlecht! Was ist das? Wir können nicht beschreiben, wie dankbar wir dir dafür sind, was du für uns getan hast! Die Hoffnung ist nun in den Sternenhafen als auch in den Königreich zurückgekehrt! Wir stehen in deiner Schuld, Mario! Rutschwing, ich muss sagen, du hast dich mehr als nur bewährt! Ja, nur durch Twink konnten wir ja Bowser besiegen! Du hast bewiesen, dass du ein erwachsener Stern bist! Hiiii! Ach, bitte raus! Nun, ich glaube, es ist an der Zeit, in den Sternenhafen zurückzukommen! All die anderen Sterne waren schon auf uns! Und all die Spieler von Mario Party 5, wobei auch erscheinen! Die Zeit ist gekommen, voreinander Abschied zu nehmen! Mario, lebe wohl! Lägen die Sterne für alle Zeiten über euch strahlen! Oh! Oh, Scheiße, ey! Kacke! Wäre ich doch echt nur sentimental hier! Oh, ne! Puh, das ist schon echt ein geiles Projekt gewesen, muss ich sagen! Leute, wie fandet ihr ihr Endfight wollt ihr euch noch Naka in the credits? Mario, auch damit zu danken! Und bei diesem Witz! Ich war mir eine innere Zeit in der Notweite stehen, die auf der Tür und eines der es wieder begegnen wird! Doch jetzt muss ich mich bemühen, ein guter Stern zu werden und die Wünsche der Leute zu empfehlen! Ich danke dir vielmal für deine Hilfe, Twee! Du bist mir stets ein guter Freund gewesen! Boah, Scheiße! Und das ist ein Witz! Ich... 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 Ich, Alter! Alter, falter! Vielen Dank, Mario! Ich würde nie vergessen, die Prinzessin Beatz! Auf Wiederhin! Und tschüss! Tschüss! Schöne Zeit! Paper Mario, oh Mann, ey! Hehe, ich bin richtig am Kämpfen, ey! Alle Sterne Okay, und wieder zurück in den Sternenhafen Die Geschichte endet Oh, und dann noch so traurige Musik So Abschiedsmusik, das kann ich ja gut haben Auch Twink folgt ihnen Er wird ein großer Stern Irgendwann mal so erfolgreich und Weise wie Nobelstar Oder die anderen Wunderschöne Geschichte Wo Bowser mal endlich Chancen hatte Die Prinzessin Gefangen zu nehmen und sein Plan In der Tat umzusitzen hat Gefählt und die Geschichte Natürlich gibt's noch ein funny end Unds kennt man immer mal Wowow so was so Also so, also so, 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 so Also so, 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 so So, 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 so So, 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 so ins Face-Gauner, so Lies so aus, als so Wieder mal die Geschichte geschrieben, so Mario, so episch Wohin der Palast steht so wieder sein Altenplatz und alle sind wohl bald wieder nach Hause zurückgewehrt von Epic so und das hast du zu guter Letzt wieder geschafft so wie immer du es so tust ist zwar schon sollte ein paar Tage wieder zurück aber gehörten sich schon so lang so Epic aber ich wette fühlst mich so als ob du noch immer auf einen Abenteuer-Trips so wärst Ah ja voll Mario ey Wow so übelig sei Freude so mit dir gereist sind so sie fragen mich wo was sie jetzt wollen machen What machen wir? Oh Gumbario Spielten seine Schwester ein bisschen im Garten nach seinen epischen Abenteuer Ich dachte der Mann ist aus ihnen geworden Nö wir spielen noch fangen Gumbario Ach Power Game Ja das jetzt habe ich gedacht das wäre der Goomba Hey Power Carrier es gibt's Ich dachte du wirst wieder Briefe zu stellen Haha Das war ja auch Sie ist kein Öffentlichkeitsbesuch Ich bin hier um dir einen Brief zu überbringen Von Prinzessin Peach Von Prinzessin Peach Wie von Prinzessin Peach? Wow was sie mir wohl schreit Wie ist sie auf in der Sera was ich muss ihnen noch mehr Briefe zu stellen Oh yeah Danke Power Carrier ist eine arbeite fleißig geholt und pass auf dich auf Hey Gumbario was hat Prinzessin Peach geschrieben Liebesbrief will sie dich knallen? Lass mich mal sehen Was ist ab Gumbario? Huh Sie will mich ja doch klar Ah ne ist nur so eine Einladung im Palast Ah schade Hier steht die Prinzessin gibt allen Empfangen Und ich bin dazu eingeladen Wow 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 Vielleicht wird es ja doch noch was Also Power Carrier fliegt nochmal alle Orte der Partner ab Lädt alle ein Oh ja Briefe nicht Lady Boo Werte Dame Oh wat kriegst du auch bei Scheiger Armee Hitler ist besiegt Ich meine natürlich General Guy Schein Geist chillen Kein Diktator mehr Und jetzt noch Sushi Blub 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 geil Blub Geh ich hin blub Auch wenn da kein Wasser und kein Aquarium ist blub Der bekifft überhaupt Alles wieder Frieden Jetzt muss ich so richtig was rauchen Das ist noch geiler dann Der Baum wieder mal Oh nein Colorado Nein Colorado Also dann Gentlemen Es ist einer Zeit Die Frostgegröße zum Kristallpalast zu erklimmen Cooper Alter Junge Du bist die Führung Sag dir mal alter Junge Es ist so geil Deine Erfahrung ist doch Wichtigkeit Für den Volk unserer Expedition Ja aber das ist nur mir Ich renne heute wie mein eigenes Panzer Cooper Was wird dich hier Puh endlich geschafft Ich habe einen Brief für dich von Prinzessin Peach Die Dude Boah geil Geh ich hin ey Oh wow Das ist eine Einladung zu einem großen Erfahrungen Pilzverlust Sie kommt von der Prinzessin Persönlich Es ist sogar ihre Unterschrift Und die ist wie ihr Und alles geil Auf keinen Fall darf ich das verpassen Aber Aber ich kann diese Expedition Nicht einfach in die Rücken zu kehren Nachdem ich Prof. Es ist der Colorado Mein Versprechen Ich soll dich hierbleiben und Du sollst mir das Bust So ein blöd Junge Mann Also es könnte die Chance sein Für diesen Black Date So Soll ich Einladung abzulehnen Wäre schrecklich Und unhöflich Das ist die einzigartige Gelegenheit Man Werden die Alte kennen Vielleicht bringst du sie auch noch mit Ey Hast du eine Freundin Voll geil So Du gehst sofort zu diesen Erfahrungen Verschwende keine weitere Gedanken an mich Der Erfahrungen wäre ruiniert Wenn der Held von Kupay Nein Der Held ist gelangt Könnte Geist nicht anwesend wäre Ja übertreibt man auch ein bisschen Wie Ich wusste Sie würde das sagen Prof. Ich werde gehen Ich hoffe Die Leute kommt auch Ohne mich zurecht Ich gehe auf den Fall Ja geil Ja wegrennt Oh Colorado Für sie habe ich auch eine Nachricht Wage es nicht Nach Hause zu kommen Du streuner Hanswurst Du nicht süchtiger Ehrenmann Das War eine Nachricht Von ihrer Frau Colorado Die sind schon wieder auf Explosion Ohne ihrer Frau Bescheid zu sagen Habe ich recht Oh Ehekrise Oder was ist los Junge War nie wütend Ey Tschüss Oh Dame Scheißmann Ich will nicht verlieren Das ist das geilste Mann Ich habe mir auch extra Kock Verlegerung bestellt Oh Mann Papa Papa Paracay Oh Warum hast du es nicht leicht So sagt er ihm Gott ey Mann Das ist eine Riesensituation Alter Junge Ich wusste schnell wie möglich Ich muss es schnell wie möglich Ich hause zurück Hey Was probier ich jetzt ey Scheißmann Gehen wir mal Friede So Auch Mario soll ne Einladung kriegen Und Luigi auch Boah So was gehört So war wahrscheinlich nur so Irgendwie so ein Kettenhund Der da ein bisschen Aufruhr hat Ne Hab nicht so getan Ich hab nicht gefurrt So oder so Ich sehe mal nach So Was epic ist Ist Arjo Ruhe Chilter Bewegt sich nicht Blinzeln Boah Bruder so Hat mal so Paracay War gerade so Hier hat mir so ne Epische Einladung gegeben Von Prinzesse Pichu Sag doch Sei so eingeladen Und treiben Wenn wir in Palast So eingetroffen sind Und jetzt sollten wir Auch mal so los So faul Jetzt können wir Die Feier machen Womit das Let's Play Startet hat Es war eigentlich nur ne Feier Und dann kann Pause hat Viel alles versaut Ihr kennt das Ihr kennt das Gehe so voraus Hab doch noch was Wichtiges zu erledigen Und wenn das so Pornoäftchen Neueste Ausgabe Von Playboy Und was geht so bei dir Ja tut mir leid So streng geheim Hab zwar jetzt gesagt Aber scheiß zu oft So Noch was anderes Was viel krankeres Also los geht's Zum Pilzpalast Könnte auch so mit Ihren liegen Ein paar Frauen Gehöriger Trotz vor Freude Ach ja Kinder sind Energie Oh Wim Quizmos Macht der denn jetzt Noch hier Quiz Ich bin zu halt Der kommt mit Wim Quizmos Wie hast du mit Kleinen Quiz Aber du witz Könnte ich sie Einfach erfahren Als ob der jetzt Noch ein Quiz macht Ne Leute Wissen wo es da hingeht Also nichts wie los Ich werde nicht mal Mit allen reden Der Part ist viel zu lang Kriegt ihr auch Niemals mehr hoch Shit Ganzen Yoshis Nochmal die Pinguine Der Buhu Alle Die wir kennengelernt haben Hier Maus Davon nochmal Ah es ist toll Sehen wir nochmal Alle Charaktere Meine Damen und Herren Prinzessin Peach Wow die Prinzessin Seid mir alle Es scheint als wollen Sie uns so ihre Dankbarkeit zeigen Mario Comberio Cooper Robert Parake Boo Wat Sushi Lucky Lester Der doch kein Opfer ist Und alle meine Untertanen Im Samten Königreich Auch meine Sklaven Und meine Ah lassen wir das Nur dank eurer Bemühungen Herrscht wieder Frieden Mein Dank sei euch gewiss Ohne euch Wäre dieser Tag Niemals gekommen Ich hoffe Das Königreich Wird nun Für lange Zeit Den Frieden genießen können Vielleicht sogar Forever Das ist mein Herzens Wunsch Hier wird nicht lange Anhalten Wenn Paper Meuro 2 kommt Und nun Lass uns feiern Genieß das Fest Frohes Fest Ist doch noch gar nicht Weihnachten Ist neu Ja doch gar Erst begonnen Na egal Oh Gott Ist jetzt wirklich zu Ende Es ist zu Ende Leute Boah Ich bin so traurig Fehlen die Worte Puh Scheiße Leute Boah Puh Ich muss schon kämpfen So guys Let's Play Ist gerade zu Ende gegangen Hier kommen die Credits Paper Mario Eins der besten Projekte Je let's play it up Mit Super Mario Galaxy 2 Ist mein bestes Projekt Was ich hier Let's Play it up So viele geile Jokes Von Paper Mario So geile Animationen Dieses geile Design Und die geilen Ideen Super Mario RPG Wieder aufleben zu lassen Vom SNES Im Paper Style Echt geil Geile Witze Geile Story Geiles Level Design Alles geil Also es ist ein Spiel Was Echt Unbeschreiblich gut ist Muss man schon mal sagen Auch wenn es jetzt hier endet Und ich schwer Worte hier formulieren kann Weil ich echt so traurig bin Dass es hier zu Ende ist Mit 73 Parts oder so Moment Eins Zwei Ja 73 Parts Boah Leute Mir fehlen die Worte Also echt geil Hat mir echt sehr viel Spaß gemacht Schreibt es mir Komm jetzt Achso ich wollte euch ja noch mit dem Finale Es tut mir so ein bisschen leid Es ist so ein bisschen gefällt Bei Finale Also es hat sie echt in Länge So ich habe alle Items verschwendet Er hat sich zu oft geheilt Er hat mich interrupted Alle aufladen Angriffe waren umsonst Waren Zugverschwendung Ich habe echt end gefällt Beim Vorkampf Und beim Endkampf Tut mir echt leid dafür Wo hast du so kein Skillspurs Leute Seht's positiv Ist spannender deswegen geworden Aber auch ein bisschen Blöd Auf der anderen Seite Weil Ich konnte irgendwie Nicht mehr richtig kommentieren Ich glaube das hat man gemerkt Es ist halt immer wieder Das gleiche was passiert ist Bowser Feuerangriff Er macht die Aura Sternen Dingsbums Peachstrahl Meine ich Und dann kommt wieder Stunt den Partner Und Wolke wieder Und so weiter Ihr kennt das Immer wieder das gleiche Hat sich zu oft wiederholt Finde ich Aber trotzdem Was Alles in allem Sehr epischer Boss Das Spiel hat sowieso epische Boss gehabt Es gab Alles Es gab alles Wir hatten hier Two Dunge Amun Fake hier So geil So geile Witze Und die ganzen Zweideutigkeiten In den Spielen Die ich reingedeutet Hab Die geilen Sprüche Die ich gebracht hab Ah Das ist so geil Leute Wenn übrigens mal Paper Mario 2 kommt Jetzt kommt erst Kingdarts Wechselt sie ab Mit Paper Mario 2 Falls ihr das Infovideo nicht gesehen habt Nach Kingdarts Kommt Paper Mario 2 Und wollt ihr da Dass ich jeden Kampf mache Ich hab hier fast jeden Kampf Hier mitgenommen Was muss hier Einige Kämpfe Offscreen machen Ähm Ja falls ihr die Kämpfe Nicht unbedingt Alle sehen wollt Schreibt es mir in die Kommis Ich find die Kämpfe Eigentlich Durchaus Interessant Also Eure Meinung gerne Ich würde die Kämpfe Drinnen lassen Aber Naja Eure Meinung gerne In die Kommis Schreibt mir das mal rein Wie fandet ihr das Let's Play Fandt ihr es so episch wie ich Hab ich es gut gemacht Ich finde ich hab es Sehr geil gemacht Immer witzig Hat immer Bock drauf Es hat mir immer Tierisch viel Spaß gemacht Also es ist echt Darum bin ich auch so traurig Es vorbei Ist hier nochmal Schnaufel Oh das war so geil Was waren die geilst Momente Schnaufel Aber geil Da war so viel dabei Hier die ganzen Perversen Quiz Ja hier Gourmet Geil mit Hitler Das Mit der Hitler Parodie Mit General Geil da Wo er auf dem Panzer steht Mit seinem Deutschen Panzer Ah Das war so geil Das war so geil Oh nom 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 Ich finde er Hunger Oh der Kristallkönig Das war auch so geil Wir hatten so viele gute Momente Hier Der beste Part war Meiner Meinung nach Hier mit Super Saiyajin Ultra Saiyajin Dojo Meister Ah es ist so geil Echt Die Soundtracks Aber kommen wir nur zur Wertung Also Erstmal Story Sehr epische Story Auch wenn Bowser Wieder Peach entführt Aber trotzdem Mal ganz anders Hier mit den Sternen Befreien und so Es ist ja auch ein RPG Muss man ja auch Eine Story erwarten Das ist schon echt viel Dabei auch mit ihm Immer mit dem Humor Wie er immer wiederkommt Und dann wo er Da mal im Wasser Auf die Insel geschwommen war Und wir schon meilenweit Wechsel waren Und dann sind wir wieder zurück Oh man jetzt bin ich hier hingeschwommen Jetzt muss ich den ganzen Weg Wieder zurück Um dich zu finden Um dich zu besiegen Und dann kam Und dann haben wir wieder besiegt Auch scheiße Und dann rennt er wieder weg Und dann mit seinen Zauber Kurs Und dann mit seinen Stab Ey es war so geil So viele geile Momente Ich kann gar nicht aufhören So viele geile Momente hatten Weil wir hatten so viel Fast jeder Part Hatten wir Endgeil Ich will mich nicht zu sehr beloben Aber es war echt so episch Wer es nicht vorhin gesehen hat Tut es euch nochmal an Gameplay Wertung Ähm Gameplay 92% Grafik Ist der Paper Style Ist auch sehr geile Grafik Für N64 Verhältnisse Natürlich ist Donkey Kong 460 Oder so noch vielleicht besser Aber es ist der Paper Style Ist ein schönes RPG Und ich finde die Grafik echt endgeil Das war das letzte Spiel Glaube ich Was für N64 erschienen ist Aber trotzdem Die Grafik ist echt geil Gibt 90% Und Soundtrack 95% Ist eine Traumwertung Echt so Hammer Wenn nicht sogar 96% Ich kann nicht aufhören Über dieses Spiel zu schwärmen Wir hatten der Eiskönig Oh der hatten wir gar nicht besiegt Wir hatten der Eiskönig Soundtrack Wir hatten so viele Bowser Oh das ist die Stimmung Die das Spiel auch schafft Ja mit Mit Bowser Und dann das Finale Er läuft nochmal weg Dann kommen die ganzen Blitze Er hat noch einen Ass auf Lager Und dann Peach Gibt die ganze Energie Ein Twink Und Twink Ist die letzte Hoffnung Oh jetzt ist es so geil Mit dem Bekifften Baum Den habe ich ganz vergessen Bin ich bekloppt Der war auch noch so episch Ja Wie ist das sich alles Durch die Nase gezogen hat Und so Oh Wir hatten so viele Momente meine Freunde Oh Ich kann nicht aufhören Ich kann nicht aufhören Ey Ich glaube ich gucke mir das irgendwann nochmal an Wenn ich mal ein besseres Internet habe Ich habe immer das Problem Ich kann mir das nicht mehr antun Und ich Ja Leute Ich habe die Parts gelöscht Ich tue Ich könnte darüber heulen Aber ich habe keinen Speicher Ich habe keine externen Festplatte noch Ja hier Hitler Morsch 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 Musste nochmal sein Da auch nochmal Heil Ja seht also ist es Dieser Humor Es ist so geil Alles ist geil Alles ist geil Also eine Gesamtwertung Hatten wir alles bewährt Sound Hatten wir Spielspaß Ja Story Story Sound Spielspaß Ja Hatten wir irgendwie alles Oder Grafik Ja Episch Und Paper Mario 2 nach King Da hat es sofort wieder einschaltet Es freut mich jetzt schon drauf Es ist so toll gewesen Oh Es ist jetzt endet Ne Oh Ihr merkt schon Und Mario und Peach Machen sich noch einen schönen Abend Wer weiß was die noch zusammen machen Nochmal Perversen Witz raushauen Und Ja Oh er nimmt sie sogar mit nach Hause What Hä Ah das Genau Feuerwerk Nicht Happy New Year Friede Im Pilz Königreich Und das Spiel Hat eine Moral Spiel Soll Sagen Dass Man sich was wünscht Kann alles in Erfüllung gehen Wenn man ganz fest dran glaubt Wie man schon gesehen hat Und Peach gab Twingt die Energie Und alles Ist gerettet worden Alles ist wieder im Frieden Bowser ist besiegt Alles Ist Schön Also Freunde Habt ihren Wunsch Glaubt fest daran Und er Geht in Erfüllung Das ist so die versteckte Botschaft Des Spiels Und ich denke Damit hab ich ganz schöne abschließende Worte gefunden Für dieses geile Spiel Na Leute Oh Nicht dass ich jetzt hier noch sentimental werde Ähm Mit diesen In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden Und ja Freunde Haut rein Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Bis dann Und ciao Gebt einen Daumen hoch Für dieses epische Finale Und dann Ich sag Bis zu einem nächsten Projekt Was mindestens genauso episch wird Ne Das wird schwer zu übertreffen Und dann Ich sag Ich sag Ich sag Ich sag